Hallo, mein Name ist Bastian Seaus, ich arbeite für die Deutsche Postadress und bin hier, um neue Impulse zu bekommen. Was denken Sie über die Community, die hier auf der Rethink-IT-Dach zusammengekommen ist? Die Community scheint sich zu verändern über die letzten Jahre. Es scheinen immer weniger die Probleme zu sein, wie man Sachen in der großen Firma verändert und immer mehr dahin, wie wir das technologisch umsetzen können. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und wie empfanden Sie die Networking-Möglichkeiten hier auf dem Event, also die Challenge-Your-Peer-Sessions, die Icebreaker? Ich finde, man kommt sehr einfach mit Leuten ins Gespräch, sind alle offen dafür. Man kann einfach hingehen, eine Frage stellen und es ergibt sich eigentlich fast immer ein interessantes Gespräch. Und was macht diese Konferenz für Sie besonders? Also worin unterscheidet sie sich vielleicht von anderen Konferenzen? Das ist vielleicht der größte Unterschied für mich, dass es die erste Konferenz dieser Art und Weise war, die ich begonnen habe. Deshalb ist für mich die Rethink-IT immer so ein gewisser Vorreiter. Das kann allerdings auch nur subjektiv sein. Und würden Sie die Rethink-IT an Ihre Kollegen weiterempfehlen? Ja, ich würde die Rethink-IT weiterempfehlen, denn die Möglichkeit, sich zum Austauschen mit Leuten, die ähnliche oder gleiche Probleme haben wie einen selber, aber in ganz anderen Firmen und Bereichen tätig sind, die kenne ich so in der Art nicht. Super, vielen Dank.